Hallo und herzlich willkommen zu den Postillon Videonews. Die ehemals als Düsseldorf bekannte Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens hat ihren Namen heute offiziell in Düsselstadt geändert. Mit der Umbenennung will man der Tatsache gerecht werden, dass die Großstadt bereits seit Jahrhunderten kein Dorf mehr ist. Zuvor hatte es längere Debatten darüber gegeben, ob nicht direkt eine noch beeindruckendere Bezeichnung wie Düssel-Großstadt, Düssel-Landeshauptstadt oder gar Düssel-Metropole gewählt werden sollte. Als nächstes will sich die Stadt darum kümmern, den Namensteil Düssel zu reformieren, da der nach Meinung vieler einfach dusselig klingt. Gernotisch